Diese sportliche Einmeldung kam eben rein. Der FC Bayern und Tottenham haben sich offenbar auf eine Ablösesumme für Harry Kane geeinigt. Die Bayern zahlen demnach rund 110 Millionen Euro für den Stürmer. Das berichtet The Athletic. Nun müsste Kane entscheiden, ob er nach München wechselt. Laut The Athletic sollen die Bayern Kane ein jährliches Gehalt in Höhe von fast 29 Millionen Euro anbieten. Also das Doppelte von dem, was der Stürmer momentan in London verdient. Na, dafür würde sich doch ein Umzug sicher lohnen.